so und damit herzlich willkommen zu einem weiteren let's play league of legends heute als sagen umwobener brown jungle und mit dabei ist ein arbeitskollege der testi hallöchen ja ich habe einfach mal reingeworfen das mache ich öfters so gewöhnlich dran da spielt ja so und ist normal ist eigentlich ein drawl pick aber wir brechen jetzt die metaspielen braum ad attack speed lebensraub und erfreuen uns dass wir es können und ja so geht ap macht der ap schaden überhaupt ne macht er nicht glaube ich obwohl doch ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich habe eine passive mal eine seiner attacken macht ap es machen ja nur 3 3 das schmerz macht sich ja keins und der sprung leistet nicht können sein ich glaube die die ehemacht glaube ich ap bin mir aber echt nicht ich habe den erst einmal gespielt wir leben ja so langsam brand bei dem sich die leitung durch ich esse während des displays um ein gott so tief bin ich noch nie gesunken also liebe freunde das ist gerade echt eine treurunde ist abends um eins ich habe letzte nacht so drei stunden geschlafen ich bin eigentlich mega fertig und kaufe ich mir das support wenn ich in den jungle gehe oh mein gott die ist das der um die ehemacht abgelernt sag ich doch ich gehe eher nicht auf ap warum nicht ich gehe mir eine kacke brand please nein es war auch noch eine spaz mit proberon ab hier gerade willkommen in der kluft der beschwörer ich habe doch was dummes spielen keine Zeit zu sagen muss man leben weil ich bin ja so tank ja ja, wie du grad so überlegen hab ich schon mal gespielt ich hab nie, hab ja schon mal gespielt ich hab mal einmal äh gestern gespielt als ich mit dem Dings gezockt hab mit dem Nico und äh ich hab mal einmal auf tank im 5 gegen 5 gespielt äh wie hieß denn der? einer für alle so, da hab ich mal, da hab ich mal als tank gespielt braum support brand support new meter braum jungle new meter ihr werdet sanieren was bringt die zukunft ihr werdet sanieren überraschend sich, das kick so dumm er reportet er reportet nicht gerade weil du ne 815er DM in der Suh hast ich spiele ja so nie ahah, keine Ahnung also, manchmal neblis ich hab geschwäben, da sah man mich mit Worten, weil ich muss ein Problem mich interessiert ach so und da kommt der Braunschlag gegen die falsche Medien entscheiden ich bin die momente wo man am schnellsten verkackt ich habe übrigens geilen dodge mit brauben gefunden und zwar sagen wir mal der setzt seine ulti auf die ich drückte übel schaden und dann musst du einmal nur ein schild aktivieren und der schild lockt den gesamten schaden von der set-ulti ab das übel hat raum der schnellste jungler der welt er klirrt einfach so schnell nicht gegeneinander morgen kämpfen wir zusammen das ist aber geil wenn du attack speed hast weil du machst ja alle kleineren jungler minions machst du mit einer 4 stack kombo platz weil dein futter schlag zieht ihr doppeltes leben los geht's also doppelten schaden wenn du attack speed hast dann geht das so schnell dass nur alle kleinere minions mit reichtigkeit smash ich habe lust zu gänken wen gänke ich denn ich glaube ich die dem auf die mittel raum ist unsicher nimm so schnell ah hier ist der sinn find einfach nicht groß wow ich habe ein großes minion gemacht You are a hero! Mama sagt, ich soll nicht verlieren. You are so a hero. Du hättest es echt einblenden müssen, irgendwie so. You are a hero! Das wärst du gar nicht gekommen. Ich überlege mir, wenn ich ganke. Unten auf der Bot-Leans sieht es gerade vielversprechend auch. Ich hätte mir vielleicht Teleport statt Flash mitnehmen sollen. Nein, da läuft mein Blooper-Krimmler. Ah, dieses dreckige Geräusch, so dieses Grrrr. Das bedeutet, dass der Buff abgelaufen ist, wusste ich gar nicht. Oh, was war das, ey? Er wird sagen, ich bin okay. Ja, der Lee Sin war da und den hab ich noch mitgekriegt. Manchmal benutze ich Schild wie Hammer. Ich dachte, du war nicht mehr, dass du die Krims aufbauen. Steht der noch da? Nee, ich hab Lee Sin getötet. Ach so. Manchmal braucht kaltes Herd. Das ist aber auch super sehr. Alter, ich Pantheon schie... Du müsstest dir echt mal so eine Karolschkühle legen, so als Insplayer. Und dann immer so ein Song abspielen, damit im Grunde etwas Geiles passiert. Vielleicht beim Pantheon, wenn dir wieder ein Dübelkiller an das... Can't touch das. Leute, solche Dinger müsstest du es einfach immer wieder bringen, ey. Ich bin Level 3, Alter, what the fuck. Was geht ab? What is wrong with you? Okay, Gank. Mit Braun. Now I coming. Now the time is for my gangness. Schade. Schade, schade, schade. 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 Loow. You are a hero. Boah, das macht mir die Sinn jetzt schon bei mir aus. Ich glaube, der gankt nicht, weil du Yasu bist und um Yasu keiner leiden kann. Oh ey, ich will mich auch. Je dunkler Dinger, desto heller die Sterne. Be out of my jungle. Braum kannst du immer vertrauen. Hm, hat meine Raids, hat meine, meine, meine Viecher gemacht. Manchmal hat haltes Ernst, nur warmes Lächeln. Wäre nice, wenn du aufhörst, die zu feeden. Denn, äh, der tut deswegen jetzt gerade mein Jungle machen. Das finde ich nicht cool. Das finde ich überhaupt nicht cool. Ich brauche, ich brauche meinen Jungle. Ich bin so froh, dass ich mit der wenig Gegner, äh, keine Jungle Minions, ähm, defenden kann. Weil es würde ich prinzipiell immer die, die, die Jungle Viecher auf die ich springe, vorher erst mal, äh, mit Rüstung versehen. Weil ich immer die Viecher anklicke, statt mich. Wäre nicht so vorteilhaft. Ich brauche Tellerhead speed, ich bin mir ein Tellerhead speed. Äh, so, müdend. Eine Zeit zum Sorgen machen. Der Gegner wurde getötet. Was? Hat der Tauer bitte für eine Range? Verbündeter wurde getötet. Anscheinend eine, eine, eine recht große. Das ist jetzt vorhin. Das könnte jetzt echt knapp werden. 450 damage die ich mit dem Ding. Leben ist gut, nicht wahr? Stör, stör. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt müsste eigentlich nur noch so eine Sinn-Kuh auf mich kommen, so. Fatsch! 102 A, die hast du, Alter. Alter, ohne Mist. Ich witzig. Laufen, wie die Herde. Jetzt muss ich warten, und auch mal zurückgehen, ey. Äh, ich bin Level 4. Das hat beim letzten Mal besser geklammt. Uta, der Sinn hat mir auch einige Minions gekostet. Hat mich auch einige Minions gekostet. Boah, ist die Wade behindert. Ich hätte es gerade mal sehen müssen, warum. Was bringt die Zukunft? Gewinn lieber deine Lame! So. Jetzt aber auch. Mein Schild schützt dich. Idiotenwerfen ist besser als Spiel. Jetzt stirbt doch einfach mal. Wenn dein Leben schwer ist, sprich mit Level 5. Hey! Jetzt wär der Tech-Speed langsam echt nicht verkehrt. Und hier hab ich mein Zeck wieder. Ach! Laufen, wie die Herde! Juh! Spiel Level 6! Ganken! Ne, ich geh erstmal. Nochmal Back. Oh, mein Tauer ist glaube ich jetzt tot. Bist du gerade an meinem Rap-Buff gestorben? Ne. Weil ich dann gerade... Was der Sinn ist? An meinem Rap-Buff gestorben? Ne. Der ist an mir und wieder nie gestorben. Boah, ich bin dann an dem Sinn, weil ich unabhängen mache. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Jetzt wird die Nacht, desto heller sie sterben. Dein Schild schützt dich! Ich hab gerade den Wind-Buff geholt, damit ich ihn tot liege. Nicht so schön! Dieses Gameplay vom Braum. Frustrating. Zeit für Pause! Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch Tank gespielt. Da habe ich nicht das Anti-Item, sondern das Tank-Item genommen. Bin mir nicht sicher. Oh, der Kleid direkt ging auch noch. Keine Zeit zum Sorgen machen. Hier haben wir mal drei Level hinter der Niederhinterheil. Okay, Top-Lane ist glaube ich tot. Wie mein Schild ist mein Schwert. Ja, das sind dann gar keine Buffs. Das bringt mich auf eine Idee. Warum kannst du immer vertrauen? Zu! Es ist mir Geduld! Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Ganz alter, es macht Spaß! Stirb! Stirb! Ich Counter-Jungle mit Braum! Ich habe da nie so etwas Behindertes gesehen. Eure Scheiße! Doch, mein Timo-Tank war auch nicht schlecht. Mit Braum bist du sicher? Das Team hat einen Turm zerstört. Wir sind immer noch drin. Ne. Hä,he, Leben ist gut, nicht wahr? RAAA! Wie Bock! Berserker! Raum! AAAAAAAAAAAAAT! Was war das denn? Weißt du, dann will ich demonstrieren, was ich drauf hab, einfach nicht und dann sowas.